So, hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 4. Beta! Genau, Beta. Close Beta. Exklusive Beta. Und, ja, mit dabei ist der Schnauzer. Der hier gerade ordentlich abräumt, also ich habe jetzt schon ein paar Minuten mehr aufgenommen, bei mir ist es ein bisschen durchsammelt, das geht einfach nur zum Gameplay aufzunehmen. Ja, wir müssen aufnehmen. Aber besser gesagt, wir wollen aufnehmen. Das ist... Ich, ich sitze im Tank-Purbel. Ich habe es gesehen, ich wollte hinterher, aber der passt aber schon voll. Ja, das weiß ich. Er nimmt erstmal hier den... Hey, da war ein Wegweiser, Achtung hier. Der zerstört hier eine gesamte Verkehrsumgebung. Er hat gerade ein Schild mitgenommen, Achtung, Zebrastreifen. Wo sollen wir jetzt wissen, dass das Zebrastreifen ist? Das sieht man doch auch, Schnauzer. Das machst du. Hier ist vielleicht nicht. Die Geräusche sind auch lustig. Ich finde die Geräusche sehr schön. You have been promoted, private first class. No, private mouth. Ich glaube, ich habe die Hälfte. Das ist immer mehr, kann er sein. Und du rauskommst ja ohne ein paar Sniper auf dem Dach unterwegs. Ja, ich weiß. Ich habe schon versucht, drauf zu schießen, ausgängig. Ach, kill. Okay. Ein paar Kills ab Staub hier. KD hoch pushen. Das war gleich mit der KD vom 8. Überall. Ich darf es zwar nicht schaffen, aber... Ja, ey. Was warten wir jetzt hier? Ich weiß nicht. Auf schöneres Wetter, denke ich mal. Ach, nee, wir müssen die Polar erst mal runterlassen. Börbel, kannst du mal die Polar runterlassen? Aber macht das der da schon? Der macht es schon. Ich glaube, ich bin sein Auto geklaut. Jetzt, Polar sind unten. Auf, geht, Peter. Dann stecke ich hier hin. Ah, das ist auch genial. Oh, tank, 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 tank. Töte. Ah, Ridgemore. Du kannst einen Ding noch nicht betonen. Oh nein. Aber es macht Spaß. Das nicht. Ich hab noch einen gekillt. Ja, ich hab noch einen gekillt. Ich finde auch dieses Wärmebild schön. was für was schön dieser bildschirm wenn du praktisch gestorben ist dass du die feine so wie so eine art thermal ob du siehst dass sie so gut leuchtet custom 1 ich hab was freigeschalten ich sehe leider nichts jetzt hinter dir ich habe einen lindungsfeuer dämpfer warte mal mit dem autofahrer ist immer schneller ich stehe da jetzt nicht ich habe einen Führerschein ich habe auch noch keinen Führerschein ich mache ihn ich werde aussteigen der Motor ist kaputt aussteigen ich habe den Tank nicht gesehen ich bin ein schlechter Fahrer glaube ich werde die Prüfung nicht bestehen ich bin ach hier schnauze ich komme wir sind wir müssen hier rauskommen ich hab den ich hab den Helikopter getroffen mit meinem Raketenmeer kommt nicht raus mit meinem Granatwerfer ich hab den Helikopter getroffen schön so muss es sein siehst du mal selbst ein Medic kann einen Helikopter zu fallen bringen ach so haben wir müssen fähig so haben wir es gemacht dass das dynamisch lebend zieht ne ist einfach nur ne schade das wär doch toll gewesen oje ich finde ja diese Anzeige auf der Map lustig dass du praktisch diesen Punkt markiert hast in der Mitte ohja ne da war auch da noch einer Doppelk scheiße scheiße Doppelkill Doppelkill wow oh Gott hat ja Spaß wir gehen mal zum Megapurple der sich da aus rumgeschlichen hat ohja sneaky purple is in the house sneaky purple dann ist schon wieder Fliegeralarm Doppelkill du siehst du siehst so verstaubt aus das müssen die wirklich nochmal machen das ist ja nicht toll das ist so unreal ja weniger quatschen mehr schießen Doppelkill ich habe leider noch kein defibrillator schnauzer mich überholt scheiße oh yes 16 zu 7 Seht mal selbst in Battlefield 4 diesmal stoppen wir gut wo du bist irgendwo im Nirgendwo gesprungen aber da ist ein Heli schießen ab ich hab nie zum abschießen was ich hab Granatwerber mehr hab ich nicht ich hab mich getroffen egal ja damit hab ich ja auch schon eingetötet ja der war zu wenig ja ich hab mich auch nicht getroffen egal aber wir müssen aufpassen da sind Feinde im Busch und die laufen auf uns zu ich weiß ich bin so schlecht im Ziel ha enemy oh snapper suppressing fire suppressing fire suppressing fire suppressing 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 oh aah bin runtergefallen no purple no no ah mir gehts gut mir gehts gut nichts passiert da sitzt eine hinter uns purple die purple die purple da bin ich mit der Stupel ja ja mit G kannst du Granaten werfen oder du gehst mein erster Messer kill ha 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 vielleicht haben wir ja gleich ja wir haben E eingenommen wir können gleich da spawnen das ist gut äh bei B nicht E hm hm jetzt wird wie schon wieder von anders ach man kann nicht direkt dort spawnen ok ja du spawnst immer nur ein Bestand ok ah ok ich treffe keine Person ich treffe keine Person ich treffe keine Person aber ich muss sagen ich habe mit einem Heli getrunken das ist wirklich sehr schön schnauze oh ja ruppel das schwer flieger an haben und das ist ein Sniper 2 2 2 2 2 ich habe ihn wuuhu was hast du gesagt ich habe den Sniper ne der andere da ne der andere da keine Ahnung ich spreche Englisch warte mal kann ich das jetzt einfach ich kann da durch schießen wenn es mich verarscht ah schade ich dachte es klingt irgendwas Achtung Purple nach da hinten sehr gut ja wir haben Charlie neutralized siehste Charlie oh Charlie nein ich habe keine Kugeln mehr oh habe ich scheiße ich habe nur den feier ne du bist ja wuuh das Ding macht halt kein Schaden das kann ich dir jetzt schon sagen der Granatwerfer ist aber der Panzerfahrt macht damit Schaden lass mich rein aah ach der ist schon kaputt oh hörst du die Musik schnauze ja ich höre die Musik juhu tanz schnauze ah verdammt 2 tanz schnauze ja unser Team hat gewonnen ja 20 Minuten haben wir gespielt also 20 Minuten in die Runde oh ja bin ich denn Level 1? warte das will ich jetzt noch wissen oh 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 ich bin Rang 1 you have been promoted so schnell PROMOTED 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 ja Battlefield Friends ist schon witzig oh ja ah verdammt der Platz vor mir ok gut dann sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen auch wenn es jetzt nicht so viel war aber ich denke mal wir werden noch mehr aufnehmen auf jeden Fall eine erste Partie ja natürlich und ja bis zum nächsten Mal genau tschüss ja alles 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 Vielen Dank.